Was geht ab euch auf der Erde? Terrafox hier von der Erde. Spielen wir hier eine gute Runde von... Mount & Blade. Napoleonic Wars. Das sehen wir hier. Okay, der wird gerade gehangen. Ich wollte gerade zu den Russen beitreten, aber jetzt ist es voll. Dann geben wir den Englern dabei. So, 33 Sekunden mit dem Foot, ganz klassisch. Und wir sind die Verteidiger. Die Russen greifen an und die Englern müssen verteidigen. Wir brauchen jetzt noch 20 Sekunden, bis wir spawnen dürfen. Und ja, was soll man hier noch sagen? Ich bin einem Regiment beigetreten. Ein Chaos Elite. Ne. Der Elite Gamer. 59. Regiment. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin hier ganz neu. Okay. Das war jetzt ein bisschen peinlich, dass ich jetzt nicht weiß, welchem Regiment ich jetzt bin. Aber jetzt... Sind wir erstmal auf der Karte mit mir auf der Server Mini Siege. Okay, den haben wir nicht getroffen. Und... Und... Ja, die haben mir beigebracht, wenn man im Nacken kämpft, wie man blockt. Sorry, ich habe das noch nicht raus, wie man blockt und so. Im Nacken brauche ich auch noch nicht. Aber hier, so ein Lachladen geht es viel schneller. Wow. Okay, einen haben wir. Okay. Ah, ich wollte blocken. Ich wollte blocken, aber es hat wieder nicht geklappt. Oh, wie geht das bloß? Oh. Ja. Okay. Okay. Der Tag ist nur noch jung. Das ist abends, schon um 21 Uhr. Nach der Runde hole ich erstmal die Medikamente ab. Und dann... ... geht es weiter. Oh. Es kommt wieder ohne die Freude. Wie heißt das Stück? Ah, ich hätte das auf dem... Oh, Mann. Uh, das ist aber da. Ah, von der Pistole. Das ist jetzt aber peinlich. Oh. Ich hatte kaum noch Leben gehabt und bekomme ich eine Pistole ins Gesicht geschossen. Oh, das passiert nicht sehr auf in dem Spiel. Das ist einfach eine Pistole stirbt. Okay. Okay. Wollte ich im Handy nachgucken welche... Welches... Wie das Lied heißt, was jetzt gerade abgespielt wird im Hintergrund. Oder anscheinend spawnen wir etwas schneller. Als ich nachgucken kann. Okay. Einen haben wir. Und jetzt gehen wir auch noch im Nahkampf. Ja, hier kommt sie nicht durch. Oh, verdammt nochmal. Ich habe doch aufgestochen. Wieso trifft der und wie nicht? Ah, du kehrt ja die längere Lanze, aber... Okay. Vielleicht lag es daran. Ja. Können wir mal das nachschauen. Ich glaube, ich habe es. Beethoven, 9. Symphonie. Movement 4. Keine Ahnung, was das auf Deutsch bedeutet. Aber es ist die 9. Symphonie von Beethoven. Die jetzt gerade im Mittelgrund abgespielt wird. Und jetzt brennt sie auch noch so richtig. Boah. Haben wir nicht erwischt. Ich wollte wieder blocken. Das hat wieder nicht geklappt. Mann, wie geht das? Irgendwas mit der Maus. Nach unten schieben. Und gleichzeitig die Maustür gedrückt halten. Dann blocken man unten. Und wenn man sie nach oben schiegt, dann blocken man oben. Wenn man was machen soll, das weiß ich, habe ich noch nie rausgekommen. Jetzt habe ich nur noch ein nächster Leben. Oh Mann. Wollen flaggen Träger durchschnüren haben wir nicht bekommen. Schon wieder getroffen worden. Was auch in der Mist? Oh, ein geteamkelt worden. Okay, das weiß ich ja. Okay. Okay, das war jetzt ein Abgang, die Teamkillt wurden von KSP, glaube ich, oh Mann. Okay, ja, das kann passieren. Teamkill sind sich eigentlich nicht so einfach, es hinzubekommen, weil wenn man kaum Leben hat und dann einer mit dem Byronet von hinten angreift, dann leidet man auch etwas Schaden und das reicht aus, um getötet zu werden. Ja, Teamkill halt. Okay, man fängt an zu singen. Verbinden wieder, was die Mode streng gibt, ja, alle Menschen werden Brüder, auch dein sanfter Flügel weit. Und hier brennt alles nieder. Ja, Brexit kommt wohl. Noch 40 Sekunden bis zum Brexit. Oh, Mann. Das sieht knapp aus. Sieht knapp aus. Noch 16 Sekunden durchhalten. Also, die haben schon die Flagge erreicht. Flagge. Nee, die gehen noch nicht nach unten. Noch verteidigen sie sehr gut. Oh, nein, die haben es nicht geschafft. Oh, nein. Die werden wieder gemetzelt. Null Sekunden auch übrig. Aber die haben noch tatsächlich, kriegen sie noch die Flagge in der letzten Sekunde. Und dann lass uns da Annamnere Stimmen Und Freuden Boah! Für jetzt freudenvollere F- Freude! Irgendwas mit Freude! Heide, Freude, schöner Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feiertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauberbilder hinwieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauberbilder hinwieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Okay. Ja, das ist Beethovens. Welche Symphonie? Ach, neunte Symphonie. Es ist freund zu sein, wie ein hollendes Weibel. Und so weiter und so fort. Oh man, tipp mich wieder. Ich tippe nur noch mal ein Handy rum und sehe nicht, dass wir gerade aus Preußen spielen und angreifen müssen. Okay. Es gibt wohl kein europäisches Lied als das. Beethovens, neunte Symphonie. Oh, dann die Freude. Dann geht 21 Minuten 56 lang. Wow. Okay, haben wir nicht bekommen. Wir sind in ihrer Rosen-Spur. Boah, sind so viele, sind so viele. Das war jetzt nicht gut. Aber hier über die linke Leute können wir vielleicht hoch. Was nicht so, dass diese klassische Musik einfällt, ist, dass viele klassische Musikstücke in der blöden Content, die von YouTube drin ist. Das heißt, man kann seine Videos nicht monetarisieren oder man bekommt einen Copyright-Strike dafür, dass man jahrhunderte alte Musik verwendet hat. Ohne, 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 oh, wäre recht. Ja, ich hab geblockt, ich hab oben geblockt. Warum funktioniert das nicht? Verdammt nochmal. Oh, nochmal. Als Angreifer hat man unendlich schon wieder Leben. Okay, die Preußen gegen die napoleonischen Truppen. Das, glaube ich, ist sowas korrekt. Okay, haben wir einen erwischt. Sah so aus. Oh nein, meine Güte. Das ist ja auch ein Gemetzelt jetzt gerade da oben. Oh. Oh. Was ist denn das jetzt wieder hier? Held zum Siegen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, wir sind jetzt hier frei, glaube ich. Okay, einen haben wir. Oh, Mann. Wie geht das hier voran? Nein, nein, nein. Oh, meine Güte. Ach, Gottes Willen. Das ist ja... Wahn. Na, kann man nicht so schlecht. Ich fasse es nicht. gut ich war jetzt einmal beim kaiserlichen training und hab ein bisschen geübt ein bisschen blocken konnte ich ein bisschen angreifen konnte ich aber jetzt irgendwie hat mich noch nicht raus wie es geht war so eine kanone so den natürlich da kommt man nicht hoch glaube ich nicht oh nein okay der hat uns zwar nicht getroffen aber der andere hat uns abgeschossen na was soll es gehen wir weiter Tochter aus Elysium wir betreten feuer trunken himlische dein heiligtum deine sauber binden wieder was die mode streng getrennt alle menschen werden brüder und ich schieße ab daneben nein oh der trifft oh man wo spawnen wir jetzt spawne ich jetzt in einem ganz anderen Lager das war jetzt wirklich nur ein Zufallstreffer haben wir nur auf den Zufallstreffer gehofft nein nein das hätte doch blocken sollen aber das geht so schnell dass man kann darauf nicht reagieren noch mal die Leute hochklettern haben wir nicht getroffen nein ich müsste ich nachladen aber es dauert mich zu lange da greifen wir doch die und ein paar Hünder dann so wie es auch damals war ah geblockt ok den haben wir abgeschossen worden während man im Nahkampf ist naja passiert ja nur drei Minuten und wir sind noch nicht ins Innere gekommen oh man was soll denn das denn jetzt gerade schon wieder von wo das können wir schon wieder den ganzen Weg hinlaufen ne alter das ist doch ein Ding ich kann mich sagen ich kann mich nicht mehr es ist ich kann mich mehr ich kann mich nicht mehr deployen und ich kann mich nicht mehr Okay, ich glaube, wir sind drin. Ja, wir sind schon drin. Mann, schon wieder trotzdem abgeschossen worden, ey. Mann, das ist ein Nahkampfspiel. Warum wird denn hier darin geschossen, ey, oder was? Oh. Ja, auf jeden Fall irgendwie folgen wir hier den Diatropen, hier sehe ich auch wie die Leute laufen. Oh, Kampfgeschrei. Wow. Ah, Falter, Knauf, scheiße. Ich habe vergessen, aufs X zu drücken. Ich habe mich verdrückt, ich wollte eigentlich nachkommen... Ah, Mann, geht das immer nach. Ah, Gott. Okay, das war jetzt auch wieder peinlich, irgendwas an. Jetzt müsste ich... So. Ja, dann können wir über den Sound sprechen, das ist auch etwas, das dauert ein bisschen Übung. Noch eine Minute, bis dahin müssen wir die Flagge eingenommen haben. Ah, Scheiße, schon wieder X nicht gedrückt. Nacka, wow. Wow. Okay, der Kanonenkugel hat uns gerettet. Oh, nein. Oh, nein. Hör doch nochmal. Der kam ein bisschen zu schnell, der konnte nicht rauf reagieren. Okay, 50 Sekunden, wir haben es nicht geschafft. Okay. Ja. Ein bisschen Overtime haben wir, glaube ich, hier. Aber gewinnen wir nicht mehr. Flagge ist immer noch oben. Oh, wir gehen nach unten. Wir gewinnen doch noch. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ganz knapp gewonnen. Okay. Wir haben gewonnen. Ganz knapp, aber nur. Okay. Nochmal das Ganze. Ich glaube noch einen. So ein First Person Shooter, wo man sogar den ganzen Ländern erobern kann. Aber ich habe den Namen vergessen. Irgendwie so ein Zweifelsweltkriegsspiel ist das. Keine Ahnung, wer vielleicht weiß, worum ich rede. Bitte in den Kommentaren schreiben. Irgendwie. Das war der Weltkriegsshooter mit 64-Spieler-Begrenzung. Aber 64-Spieler-Anzeige-Begrenzung war es auch mit... Ja. Ohne Spiel... Nennt man das Spielabeschränkung. Okay, kann mich nicht richtig ausdrücken. Egal. Okay, der hat die Moltefgutze falsch geworfen. Verdammt nochmal. Wollte gerade abschießen, dann werde ich von einem eigenen Typen getroffen. Okay, ein HW. Oh, wir sind abgeschossen worden. Ah. Soll ich so ein wenig näher rangehen, bevor wir abschießen? Das ist zu sehr... Auf Glückstreffer hoffen. Oh, Menno. Die Verteidiger war ganz schön gut. Hier oben sind sie noch spitz, dann kommt man nicht rüber. Oh. Oh. Ja. Das kann man jetzt noch so ein Schubeln. Das kann man jetzt noch sagen. Ich glaube, ich habe das Angst, dass... Hier haben wir das in der letzten Runde geleert und scheint, die verteidigen jetzt ziemlich stark. Die Leiter werden immer umgeworfen. Ja, laden wir hier nach. Oh, Mann. Na, kommen wir lang gelaufen. Okay, einen haben wir erwischt. Sehr gut. Jetzt ist die Leiter hochklettern im Nahkampf. Oh, und abgeschossen worden. Und wir werden alle... Oh, Mann. Wir werden da alle... Wir werden da alle... Wir werden da alle... Wir alle werden abgeschossen, die hochlaufen wollten. Oh, Mann. Um Gottes Willen, was ist denn das für ein Garten, ne? Hier geht's lang, glaube ich. Okay. Das war wieder ein weiterer Schuss. Oh, hier liegen aber eine Menge... Oh, 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 oh. Jetzt liegen noch mehr Waffen herum auf der Leiter. So. Gut, Web-Admin. Okay. Mal aufsdeut-Map-Admin. Okay. Ja, die Map ist auch nicht schlecht. Das ist irgendwie schon weiter vorgerückt. Ja, dann nochmal rausgewichen. Wieder vergessen, Exo drücken. Und wie das nicht klappt. Ach Gott, das wäre meine Güter. Die Umfrage wurde abgelehnt, okay? Oh, Mann. Wieder mit einem Stich schon wieder erledigt worden. Ah, da ist doch wohl nichts zu fassen. Ich weiß nicht, wann man angreifen, wenn man verteidigen soll. Ich weiß nicht, wie man verteidigt. Ist doch jetzt ein Ding. Oh, wie wird das besser in den nächsten Tagen, ey. Ist ja nicht auszuhalten. Sobald eine Nahkampf-Attacke ankommt, habe ich keine Ahnung, was ich tun soll. Schießen und so geht ja alles ganz leicht. Da wird Nahkampf... Da bin ich schlecht drinne. Okay, so sieht man doch. Schießen kann ich, aber... Nahkampf stechen kann ich nicht. Ich wollte blocken. Ich habe noch in der rechten Maus noch gedrückt und nach unten gezogen. Hat trotzdem nicht geklappt. Ich weiß es nicht, was los ist. Mann, Hüte. Ja. Okay, schießen kann ich auch nicht so richtig. Ich hätte näher rangehen müssen. Die haben beide blaue Uniform an die Gegner und die Feinde. Ist ja nicht auszuhalten. Ich habe geblockt. Hat wieder nicht funktioniert. Es ist doch noch nicht zu fassen, ey. Oh. Wieder hat das Blocken nicht funktioniert. Ja, wo geht es denn hier raus? Trigger. Okay. Der weiß nicht, wo es rausgeht. Die geht jetzt raus. Okay. Oh. Wieder ein bisschen Comedy hier im Spiel. Oh, Mann. Okay. Wieder mal hätte ich näher rangehen sollen. So. In der Nahkampf. Mann. Ich habe Aufzug gestochen. Der war ein bisschen schneller als ich gewesen. Also, ne. Ist da ein Ding. Oh. Gott, das wird ein Nachkampf. Oh, das ist ja ein... Ich glaube, ich muss mir meine YouTube-Videos anschauen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Videos, wo gezeigt wird, wie ein Nachkampf funktioniert. Hä, ich habe doch geblockt. Es hat wieder nicht geklappt. Ich weiß nicht, was los ist. Da hat er nach unten gestochen. Ich habe nach unten geblockt, aber er hat mich trotzdem erwischt. So ist auch unten blocken, wenn nicht. Moment. So. So. Und wieder abgeschossen worden. Oh nein, meine Güte. Wollte nur perfekt zielen und da hat es nicht geklappt. Und die Flagge geht runter, wie ich habe gewonnen. Wie es aussieht. Okay, ich bin gleich positiv. Vor allem genau. Okay, wie ich habe gewonnen. Oh. Wo sind wir? Welcher Stelle? Oh, jetzt ist es weg. Schade. Na gut. Okay. Ja, ich mache eine Pause. Das ist schon 1,27 Uhr. Ich muss jetzt los. Meine Medikamente abholen. Und ja. Ich hoffe, welche Herzen euch gefallen. Das Display. Wie lange für's Zusehen. Bleibt gesund, Leute. Und ja, hier stechen wir was müssen. Fenster frei. Bringt nix. Aber wie ist denn was zu tun hier? So. Und. Okay, was spielt ich jetzt hier? Ohne Sonimio. Ich glaube, hier ist im Hintergrund auch alles. Okay. Ich würde gerne noch anhören, das Lied. Aber. Ja. Ich komme am Ende nah. Vielen Dank für's Zusehen. Ich gehe es dir einfach mal. Tschau. Vielen Dank für's Zusehen. Mir gibt's einen Daumen hoch. Und hier kommt der.